Das Leistungsspektrum der Firma Hartlep und Höchingenieure umfasst die Bereiche Planung und Bauleitung sowie die Sachverständigentätigkeit. Enge Kundenbindung, exzellente Betreuung und optimale Lösungen zeichnen das Leinefeld der Unternehmen aus. Die Hartlep und Höchingenieure haben durch ihre Mitarbeit dazu beigetragen, dass diverse Projekte mit Architekturpreisen, Bauherrenpreisen und dem World Habitat Award ausgezeichnet wurden. Im Industriebau erbringt das Unternehmen von der Planung bis hin zur Ausführung alle Leistungen und ist auch für Großunternehmen ein kompetenter und zuverlässiger Partner, auf dessen Erfahrung und Know-how immer wieder zurückgegriffen wird. Im professionellen Rückbau bei der Plattenbausanierung haben sich die Ingenieure ebenfalls einen Namen gemacht. So entstehen aus der vorhandenen Bausubstanz attraktive und individuelle Wohnmöglichkeiten mit Wohlfühlcharakter.